Was gibt's denn hier so? Herr Opa? Was können Sie mir denn von der Tageskarte empfehlen? Da hätten wir einmal am Montag und am Donnerstag die Strategiespieltage mit Schlacht und Mittelerde, Man of War oder auch der Total War Reihe. Dann haben wir am Dienstag und am Freitag die Rollenspieltage mit Surrey, Need for Speed, Most Wanted und dem European Truck Simulator Nr. 2. Dann haben wir die LPT-Tage, die sind am Mittwoch und am Freitag mit Guild Wars 2 und auch Let's Battles von Man of War und anderen Strategiespielen. Aber es ist Sonntag! Ah, Sonntag ist Lava Classics Zeit. Dort könnt ihr aussuchen, welches Let's Play fortgesetzt wird. Alles weitere und die Abstimmung dazu findet ihr auf meiner Facebook-Seite. Ich nehm doch lieber einen Salat. Kommt sofort!